Hallo, schön, dass du da bist. Ich zeige dir heute, wie wir im Recruiting bei Alten so arbeiten. Nachdem ich gestern im Homeoffice war, freue ich mich heute darauf, meine Kollegen wieder im Büro zu sehen. Komm doch mit, ich stelle sie dir vor. Das ist unsere Talentschmiede. Alten ist ein internationaler Entwicklungsdienstleister und langjähriger IT-Service-Partner. Zusammen mit unseren Kunden arbeiten wir an den Zukunftstrend dieser Gesellschaft. Darunter fallen unter anderem Elektromobilität, Luft- und Raumfahrt und erneuerbare Energiesysteme. Unsere Kunde hat ein Problem und wir liefern die Lösung, mithilfe unserer Consultants. Und jetzt kommen wir zu der für uns wichtigsten Empfindung, die Kaffeemaschine. Hi Moritz. Hallo Claudian. Schön, dass ihr da seid. Danke sehr. Ich habe ein Kaffee vorbereitet für euch. Und ich gehe jetzt schon mal weiter in das Software-Meeting. Genau, ich übernehme jetzt ab hier. Die Hauptaufgabe für uns als Recruiter ist es, für unsere spannenden Kundenprojekte ein Team zusammenzustellen. Und für dieses Team brauchen wir natürlich die richtigen Kandidaten und müssen dann natürlich auch wissen, was die an Know-How mitbringen müssen. Und damit wir die Kandidaten richtig aussuchen können, brauchen natürlich auch wir ein bisschen technische Kenntnisse und müssen wissen, welche Tools da unter anderem wichtig sind. Und dafür gibt es regelmäßige Trainingsmöglichkeiten für uns, wie zum Beispiel heute unsere Software-Schulung. Und genau, wir können uns aber eben nicht nur technisch weiterbilden, sondern eben auch Interview-Schulungen machen. Genau, dann gehen wir weiter. Bis dann. Tschüss. Wie du siehst, geben wir dir alle technischen Skills an die Hand. Jetzt ist Recruiting aber ja auch ein kreativer Prozess. Wie du neue Mitarbeiter für Alten begeistern kannst, sollst und darfst du natürlich deine eigene Persönlichkeit mit einbringen. Wir sind immer offen für neue Ideen und ja, wir inspirieren uns auch gegenseitig, immer wieder. Und genau, an der Stelle würde ich mich jetzt ins Online-Interview verabschieden mit dem Kandidaten, den mir Beul empfohlen hat und sag noch viel Spaß. Ciao. Viel Spaß, Claudia. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Hi, hier bei Alten. Wir kriegen ständig Erfolgserlebnisse. Im Recruiting betreuen wir unseren Kandidaten durch den gesamten Prozess. Und heute kriegt einer Bewerber seinen Vertrag. Ich freue mich, diese Nachrichten mit ihm zu teilen. Aber erstmal ist gerade Zeit für unser Recruiting-Meeting. Daran nehmen alle Recruiter und Recruiterinnen aus Gesamtdeutschland teil. Keine Sorge, du wirst uns alle persönlich kennenlernen. Spätestens bei dem nächsten Team-Event. Aber jetzt bist du dran. Wir für dich. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.